Kunst ist mein Leben. Ich bin Vermittlerin von Kunst in allererster Linie und sehe tagtäglich fast, wie glücklich Kunst andere Menschen machen kann. Ich hatte mich umgeguckt, ob ich irgendwo mitstudieren kann noch in Kunstgeschichte und habe dieses Artprogramm entdeckt. Ich komme da immer total beschwingt und begeistert raus. Wir bieten Leuten, die interessiert sind im Leben, weitere Chancen, sich fortzubilden und ihren Spektrum zu erweitern und die Schönheit von Dingen schätzen zu lernen oder die Kontroversen um Dinge. Das ist eine sehr wichtige Rolle. Hingehen.